Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elex. Schuh, meine Liebe. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Was haben wir denn? Beil, fünf. Mhm, Zwinge, mhm, 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 mhm. Achso. Achso. Okay, was ist denn eine Zwinger? Okay, ich... Muss mal, glaube ich, meine Attribute mal aufrüsten. Die ganze Zeit am Rumpf fummeln. Immer dieser Technik-Kram. Ja, sorry. Ist halt so. So. Mh. Da haben wir wieder zehn. Geschicklichkeit, Intelligenz, Gerissenheit. Machen wir erstmal überall... Fünf. Fünf. So. So. Ich weiß nicht, was das jetzt alles hier ist. Wahrscheinlich, was ich jetzt hier so im Inventar habe, habe ich ja nichts. Habe ich ja wirklich nichts. Scheiße. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Aber was ist das mit dieser Persönlichkeit... Was hat das mit dieser Persönlichkeit auf sich? Denn ich verstehe das nämlich nicht. Kälte neutral. Ich verstehe es nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall... Nicht genug Persönlichkeit. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ja, gib mir erst mal ein Beil wieder, ne? Einfaches Beil der Berserker. Voraussetzungen. Ähm. 600? Oh mein Gott. Du bist viel zu teuer, Frau. Ja, schuldig. Oh, da steht schon die Wache rum, ey. Gibt's ja nicht. Ne. Das ist ja viel zu teuer. Da gehe ich ja zu dem einen lieber wieder und hole mir da... Ach, da stand so ein schönes Schwert, ne? Schlangenbiss. Ich will das haben. Ich muss los. Aber... Wie läuft das ab, wenn ich das jetzt hier so nehme? Wisst ihr was? Ich speichere das. Ich speichere mal eben. Und dann lade ich einfach wieder neu, wenn es ganz schlimm ist. Hat keiner gesehen, ne? Lululul. Okay, wenn das also keiner sieht, dann ist das... Dann kann ich das nehmen, oder was? Tatsache. Okay. Ach, hier mal. Ähm. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Einhändig Schlangenbiss. Stärke, Geschicklichkeit, da brauche ich Geschicklichkeit 60 und Stärke 30. Toll, jetzt hat die mir überhaupt nichts gebracht, ey. Haben wir hier noch irgendetwas, was ich irgendwie benutzen könnte, so? Haben wir hier noch irgendeine Waffe rumliegen? Ich nehme den Besen. Scheiße. Okay. Hätte ja klappen können. Und jetzt war es ja auf jeden Fall... Dann hätten wir jetzt... Kriege ich das denn alles her? Es muss ja hier irgendwo mal was... Was billiges geben. Wo ist denn hier der Typ? Ist der weiter oben, oder... Wo habe ich den denn gefunden? Da ist er. Äh, ich will handeln. Ich will handeln. Sicher doch. Äh, gib mir mal meine rostige Axt wieder. Danke. Ja, die hätte ich gerne wieder. Äh, Sonnenbrille klassisch. Boah, die haben Preise hier. Das ist ja unglaublich, ne? Hä? Ich habe ja... Ich habe sonst nichts. Oh, verdammte Technik. Okay, die hassen Technik abgrundtief. Was liegt denn hier rum? Aha. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ich war da unten, war ich. Jetzt muss ich wahrscheinlich nach oben. Hallo? So, und was ist dein Verbrechen? Äh, was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte andere Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprech. Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Äh, ich komme tatsächlich nicht aus Edan. Ich bin ein Niemand. Hm. Ich komme tatsächlich nicht aus Edan. So, dann hast du hoffentlich gute Nachrichten aus den anderen Landen. Sonst wird das hier ein recht kurzes Gastspiel für dich. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Auch ein Schuss. Ich brauche Informationen. Ich suche Arbeit. Hm. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön. Ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Alles klar. Bleibt mir eine andere Wahl. Kannst du das nochmal wiederholen? Wir können ihn auch noch verspotten. Nein, komm. Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Erstmal können wir ja auf gut und nett tun und danach, ähm... Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt und ich habe ihr das Sagen. Das sagtest du bereits. Hm. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edan gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps, vor Goliath gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Nein, ich will nur wissen, wo er ist. Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Manaschreins. Dort solltest du ihn finden. Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast wieder den Rang eines Sitzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Sitzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Boah, ich erschrecke mich jedes Mal, ey. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe. Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Vogelfrei. Hm. Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen. wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Vor in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab. Dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht. Oh, 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 oh. Jemand will dir dein Schwert stehlen? Ich arbeite nicht umsonst. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unserer Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Iedor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Wo hält sich Iedor auf? Südlich von ihr, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Na, ich glaube, welcher das ist. Das mit dem Schwert werde ich ihm jetzt nicht erzählen. Weil, ich will das ja, ich will das ja haben. Also, ich will das haben. Ich will das dem Typen nicht geben, sondern ich will das haben. Och, Mädel, du siehst so gut aus. Kann es denn sein, dass das Schwert oben bei ihm zu Hause ist? Hier? Guck mal, hier ist auch noch was. Oh, diese Klamotten, ne? Du musst mit mir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Doch, das werde ich. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Er und sein Eisenclan, die können mich alle mal. Genug. Ich will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. Jetzt habe ich ja was gehört. Ich will erst mal mit Akira sprechen. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neun zubereiten. Ist hübsch, 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 hübsch. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handel ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst ziehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Krästliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Hm. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Okay, das ist ziemlich hart. Haben wir den Wunden? Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Ah. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Okay, die ist definitiv mein Typ. Wo ist der Typ hingegangen? Die Zeit läuft ja weiter, ne? Ah, den finde ich schon irgendwann wieder. Den finde ich schon wieder. So, was haben wir hier? Guck mal da. Ich sammle hier die ganze Zeit Kräuter und alles, ey. Schönen guten Deck. Hier ist nichts. Nö. Hier ist mal so absolut gar nichts. Was war hier? Ich kann hier in die ganzen... Die haben hier alle keine Türen, ne? Verschlossen. Mana, verboten. Aber es ist ja keiner hier. Was war das denn jetzt? Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Nein, das kann ich nicht glauben. Sollen wir die Hex... Ich bin da immer noch ein bisschen... Ich speichere nochmal vorher ab. Ich bin da immer noch ein bisschen enthalten. Also sie hat sie so vorsichtig drin, ne? Weil... Das mit dem Klauen, das kann echt... Scheiße werden, ne? Was soll ich denn mit nem Teller? Auch wenn der gut ist. Was soll ich damit? Tagebuch einer Verbanden. Katas Tagebuch. Mist, das war mein letzter. Ah. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Lass dir ja nicht einfallen, etwas einzustecken. Hab ich nicht. Gut, dass ich... Gut, dass du schon... Ähm... Ich hab nichts eingesteckt. Gar nichts. Ist das dein Ernst? Ach, da ist Akira, ein Heiler. Wer bist du da? Das glaub ich ja nicht. Ich kenn ich nicht. Okay, äh... Ich mag, der Mann ist ja vorsichtig, ne? Was hast du hier zu suchen? Ich geh nur spazieren. Boah. Die alte, die sitzt voll auf der Lauer, ey. Na, das sieht man, oder? Na, hinten laufen ganz viele Wachen rum. Das sieht man sowas von. Ich weiß nicht. Ich trau mich nicht. Ich bin feige. Jetzt haben wir da oben noch was und da haben wir da unten... Ich geh erstmal nach ganz oben. Ich geh mal hier ein bisschen schnüffeln, was hier das für Häuser sind. Schönen guten Tag. Wache, Wache, Wache. Wache sieht... Hier ist Duras. Ach, Duras. Duras. Cool. Was haben wir hier für eine Hütte? Hier war doch keiner, oder? Hab zu spät geguckt. Hab zu spät geguckt. Den Hammer brauch ich nicht. Ich komm mal wieder raus. Ach, ich fühl mich hier richtig wohl. Ich bin richtig so ein Mittelalter-Fan, ja. Ach, das ist eine Nachtwache. Oh, guck mal, was die Nachtwache kann. Das gibt's ja nicht, ey. Was suchst du hier? Ähm. Ich will nur gucken. Ja, ich mach doch ganz. Das möchte ich mal angucken. Okay, dann geh ich wieder. Mhm, 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 mhm. Und das ist wahrscheinlich hier... Ah, ja. Cormac? Du bist nicht den, den... Guminöser Zettel, den ich brauche. Wer bist du denn? Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mach mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur kriegt das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Zum Beispiel Diebstahl? Wieso geht euch das Gesetz zu weit? Unser Mana macht uns stark. Und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clan-Mitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung. Und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Hm, da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seine annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Okay, cool. Mach ich. Könntest du das Haus verlassen, bitte? Ich möchte klauen. Wen haben wir da oben? Sieht aus, als wenn das hier mal so eine Art Krankenhaus gewesen wäre. Oder eine Schule. Hier kann man einsteigen. Das gibt's ja nicht. Oh, hallo. Oh mein Gott. Da schlafen die ganzen Wachen. Die schlafen doch, oder sind die tot? Ne, die schlafen hier. Oh Gott. Ich kann die Öllampe nehmen. Wieso darf ich das Zeug hier alles nehmen? Das sieht mir ein bisschen komisch aus. Wieso darf ich das alles... Was soll das denn werden? Ähm, da stand, dass ich das nehmen darf. Was zum... Ich trau' denen hier alles nicht mehr, ey. Ich brauch dieses Schwert. Ich will das haben. Ich will das für mich haben. Lieb noch ein Sofa rum. Ich erinnere mich hier gerade voll an so ein Zombiespiel. Voll die geile Idee, diese Mischung, ne? Mit diesem Mittelalter und dann... Ich weiß nicht, das gefällt mir richtig gut. Ich mach' mal ein kleiner Mana-Trank. Dietrich. So ein Pixelfehler. Hmhm. Okay, hier ist gar nichts. Hier vielleicht noch? Na, auch wieder nur so ein Pixelfehler. Okay. Unverbrauchte Verbandstasche. Hm, das hat sich doch mal richtig gelohnt hier. Jetzt haben wir auch ne Öllampe. Aber an das Schwert komm' ich nicht dran. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann man die Sachen kaputt hauen? Ah, die Frage ist ja dann wieder, wenn man das kaputt haut, kommen da nicht die Wachen dann hoch? Bin jetzt erstmal nach ganz oben gegangen. Ich glaub' man kann da sogar rein. Hier ist überall Blut, ey. Ein gutes Messer und ne gute Gabel. Da hat irgendjemand gegessen. Bin ich jetzt... Ne, ich bin... Ich bin definitiv... ...auf dem Balkon. Oder so. Ratte. Oben ist noch ein Berg. Mein Gott, was ist das denn? Hier ist das alles so groß. Hier ist alles so verdammt groß. Was ist das denn hier oben für ein Ort? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, hier ist nicht wirklich viel. Was ist das denn? Achso, das ist das Portal. Ich dachte gerade, was schwebt denn da hinten, ey? Aber nein, 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 nein. Oh Gott. Ganz vergessen, dass wir sowas haben. Vergebter Zettel, können wir gleich alles lesen. Boah, ich muss ja so viele Heiltränke schon haben. Aber die liegen ja hier auch en masse rum. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr normal, ne? Okay, da kann ich nicht runter. Ich auch nicht durch. So, hier sind wir jetzt wieder bei den Leuten. Schönen guten Tag. Ich seh mich einfach nur mal hier oben. Hier da ist ein Flugblatt. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen darf. Und ein Goldbrocken. Wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal abgebrüht. Aber ich muss mich auch schon wieder verabschieden und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020